Hey Robin, wir haben einen neuen Spezialauftrag. Die Unterlagen für das Red Bull-Seitenkistenrennen sind gekommen. Heilige Makrele, was werden wir jetzt tun, Batman? Wir brauchen einen Plan für ein richtiges Heldenmobil. Aber wir könnten doch auch dein Batmobil nehmen. Batman, wollen wir nicht dein Batmobil nehmen? Wir könnten doch auch deine Kiste nehmen, Batman. Batman? Batman? Nein Robin, wir fahren immer mit meinem Auto. Wir brauchen ein ganz spezielles Fahrzeug für diesen Teufelskurs. Okay, dann kommen wir jetzt die Crew zusammen und rufen Sie an. Ich danke dir. Ich danke dir, folgen wir mit meinem Auto. Ich danke dir. Vielen Dank.